Nach all den Videos zu Data Science stellt sich eine entscheidende Frage. Sind wir eigentlich alle nur Versuchskaninchen für Smart-Data-Unternehmen wie Facebook oder Google? Was könnte passieren, wenn nicht auf die Privatsphäre und einfach nur auf Big Data geachtet wird, dass alles gesammelt wird, was irgendwie sinnvoll ist? Stellt euch folgende drei Szenarien vor. Vier Szenarien, um genau zu sein. Wir haben einmal eine KI, die Benutzer sehr, sehr gut analysieren kann, die wirklich genau das Verhalten vorhersagen kann und jemanden sehr gut in Kategorien einteilt. Solch eine KI hat Instagram und das wurde auch tatsächlich schon häufiger mal bewiesen. Signal zum Beispiel hat genau sagen können, ich möchte die Benutzer in meiner Werbeanzeige haben, die diese Eigenschaften haben. Zum Beispiel sie mögen Yoga, sie sind Single, sie sind gerade auf der Suche nach einem Partner und so weiter und so fort. Sehr, sehr gezielte Datenabfragen. Stellt euch vor, ein Hacker würde solche Daten dann einfach abgreifen und für sich nutzen. Social Engineering kann ein wirklich großes Problem sein. Wenn ein Hacker exakt weiß, was ihr für Vorlieben habt, dann ist es auch sehr viel wahrscheinlicher, dass Phishing erfolgreich ist. Und natürlich, ihr seid gebildet in diesem Bereich, aber es gibt viele Leute, die sich in diesem Bereich nicht so auskennen und die dann eventuell auf den Phishing-Link klicken. Das ist hochgradig gefährlich. Okay, aber ein ganz anderes Beispiel. Nehmen wir an, zum Beispiel ich. Ja, ich habe Ahnung von Daten und ich werde wahrscheinlich nicht so gefischt werden. Was ist denn eigentlich mit dieser folgenden kleinen Beispiel-KI? Was wäre mit einer KI, die eine Person analysiert und feststellt, die Leute, die diese Eigenschaft haben, sind zum Beispiel nicht so zuverlässig und gehen vielleicht häufiger oder schneller von einem Unternehmen wieder weg. Und jetzt möchte ich mich bei zum Beispiel Google bewerben. Und Google hat eine KI und nutzt diese KI, um mich einzuschätzen. Was für ein zuverlässiger Mitarbeiter bin ich? Wie effizient bin ich? Wie gut bin ich? Nutzt alle meine Social-Media-Kanäle, alles, was ich an öffentlichen Informationen geteilt habe und analysiert mich. Und ich bekomme deswegen den Job nicht. Das ist ziemlich fies und auch ziemlich diskriminierend. Nicht unbedingt jetzt, weil ich das bin, aber solche KIs sind häufiger auch mal sexistisch, rassistisch oder sonst irgendwas. Und das ist ein wirklich großes Problem. Und deswegen werden hier auch tatsächlich einige rechtliche Schritte getan, im Endeffekt, um sowas zu verhindern. Doch ein letztes Beispiel möchte ich euch, oder zwei letzte Beispiele möchte ich euch trotzdem noch geben. Erinnert ihr euch an den Cambridge Analytiker-Vorfall? Es gab sogar einen kompletten Netflix-Film dazu. Und zwar, nee, es war nicht mal Netflix, es war sogar noch ein anderer Film. Das Social Network hieß der, glaube ich. Falls ihr den nicht gesehen habt, das ist definitiv eine Empfehlung wert. Dort ging es darum, wie Trump mehr oder weniger die Wahl gewinnen konnte. Und zwar hat Cambridge Analytiker speziell die Daten von Facebook genommen und hat damit Analyse gemacht, welche Nutzer sind vielleicht noch von der Wahl unentschlossen, wen sie wählen sollen oder wen nicht. Speziell diese Gruppe haben sie dann mit Werbeanzeigen pro Trump, kontra Hillary Clinton bombardiert und konnten damit die Wahl dann für sich entscheiden. Man sieht, was für ein großes Ausmaß das eigentlich auch annehmen kann, wenn eine Plattform sehr, sehr, sehr viele Benutzer hat. Und das letzte Beispiel stammt aus China, denn dort gibt es eine KI, die einem Menschen, jedem Menschen im Endeffekt im Land, einen sogenannten Social Credit Score zuweist, einen Wert im Endeffekt, was für ein guter oder schlechter Bürger eine gewisse Person ist. Sinkt dieser Wert über eine gewisse Grenze oder unter, besser gesagt, eine gewisse Grenze an einem Tag, dann wird dieser Benutzer öffentlich diffamiert und zur Schau gestellt, wie schlecht er doch eigentlich ist oder sie. Und das geht definitiv gegen die Menschenwürde, meiner Meinung nach. Also gibt es im Endeffekt einige Vorgehensweisen, wie man weniger Daten sammelt, beziehungsweise nur die Daten sammelt, die man eigentlich haben möchte. Und es gibt auch leider Firmen, die auch dagegen wieder ein paar Tricks angewandt haben. Und leider sind diese Tricks schon mittlerweile ein bisschen etabliert worden. Die Rede ist von der DSGVO natürlich, die eigentlich sehr, sehr viel vorschreibt. Und zwar Privacy by Design und Privacy by Default. Die Datensparsamkeit ist noch so ein Grundsatz. Das bedeutet erstmal, die Anwendungen sollen, wenn man nichts einstellt, wenn man gar nichts macht, sollen die Anwendungen nur die Daten erheben, die absolut nötig sind, um die Anwendung zu nutzen, beziehungsweise eigentlich sogar gar keine, bis man dem zugestimmt hat. Das kennt ihr von den berühmten Cookie-Bannern, die eigentlich euch nichts benutzen lassen an der Seite. Erstmal zumindest, außer ihr akzeptiert verschiedene Cookies. Erst dann könnt ihr euch zum Beispiel einloggen und Dinge tun. Das zweite ist, wie gesagt, Privacy by Design. Das heißt, dass von vorneweg bedacht wird, dass die Plattform generell datensparsam ist, also so wenig Daten erhebt wie möglich, dass man von vornherein sagt, dass eben die Daten sicher aufbewahrt werden und so weiter und so fort. Auch hier gibt es allerdings wieder ein paar Wege drumherum sozusagen, und zwar sogenannte Dark Patterns, habe ich ja schon angekündigt. Das heißt, dass man zum Beispiel dann sagt, okay, wir schreiben einfach alles in unsere elendslange Datenschutzerklärung und der Benutzer muss es halt einfach akzeptieren. Es gibt keine andere Möglichkeit, um überhaupt auf die Plattform zu kommen. Da kenne ich ein paar News-Seiten-Kandidaten, die das nicht ganz so angenehm machen für den Nutzer. Das heißt, entweder man stimmt allem zu, auch den Werbe-Cookies, auch allem drum und dran, oder man darf gar nicht auf die Seite gehen. Und andere Seiten sagen einfach, ja, bitteschön, du hast die Wahl abzulehnen, oder du hast die Wahl zuzustimmen, aber die Wahl abzulehnen wird ausgegraut. Es sieht so aus, als wäre das gar nicht möglich. Oder man muss durch 50 Klicks durch, um abzuwählen, oder nicht die Cookies zu akzeptieren. Akzeptieren hingegen ist ein Klick und super schnell möglich. Und das ist natürlich auch ein sehr, sehr fieser Mechanismus, um die Leute dazu zu bringen, sozusagen einfach zuzustimmen. Einfach abzusegnen, dass man eben die Daten sammelt. Okay, was könnte man stattdessen machen? Naja, es ist im Endeffekt schon ein ganz gutes Schema, Opt-in statt Opt-out zu wählen. Das heißt, dass standardmäßig nichts gesammelt wird, bis der Nutzer aktiv zustimmt, durch einen Klick auf die Cookies zum Beispiel. Aber umgesetzt wird es meistens eben durch solche Dark Patterns. Und meiner Meinung nach signalisiert das den Benutzer auch, dass das Vertrauen der Webseite nicht ganz so hoch ist. Beziehungsweise, dass man der Webseite eigentlich nicht so gut vertrauen kann. Und dass man dem schon eher skeptisch gegenübersteht. Das heißt, solche Webseiten vielleicht dann doch eher nur mit dem Tor-Browser angucken. Oder vielleicht doch eher ohne die Zustimmung abzugeben. Andere Webseiten hingegen machen das ganz anders. und sagen, okay, beide Buttons gleichwertig. Du kannst dich entscheiden, möchtest du oder möchtest du nicht. Und die richtig guten machen dann noch einen Schritt im Hintergrund, den ihr nicht mal mitbekommt. Und zwar für solche Data Science Projekte, für solche KIs, die man eventuell mit Daten macht. Da ist es natürlich wichtig, dass diese KIs auch, oder diese Datensätze auch am besten nicht mehr auf euch zurückverfolgbar sind. Nehmen wir einfach mal diese Röntgenbilder der Lunge wieder, an denen man eben Lungenentzündungen feststellen konnte. Wenn da jedes Mal der Name des Patienten unten dran gestanden hätte, dann wäre das ziemlich problematisch gewesen. Denn dann hätte man den jeweiligen Patienten einfach social engineering können oder was auch immer mit ihm machen können, wenn er eben eine Lungenentzündung gehabt hat. Klar, nicht so geil. Man hat einfach Informationen über eine Person, die irgendwie privat sind. Man sollte solche Informationen nicht haben. Dadurch, dass es aber einfach nur Rentenbilder waren, ist es eigentlich schon einigermaßen anonym. Und das ist genau der Trick. Es gibt wirklich im Data Science Bereich wenig Leute, die sich damit befassen. Aber es gehört zu eurem Job dazu, egal ob ihr Data Science, Data Engineering oder Data Analysis macht, dass ihr Daten anonymisiert, soweit das irgendwie möglich ist für euer Projekt, dass ihr Daten ansonsten eben pseudonymisiert und dass ihr möglichst Zusammenhänge einfach loswerdet. Das heißt, dass ihr nicht sagt, diese Person hier mit der Lungenentzündung ist männlich, 40 Jahre alt, wohnt in Berlin und zwar in genau dieser Straße. Ansonsten hat man ja auch relativ schnell wieder den Zusammenhang hergestellt. Und hier ist eben genau das der Fall. Man muss als Data Scientist mittlerweile auch sich mit solchen Themen auseinandersetzen. Teilweise habt ihr jemanden im Team, der genau das für euch macht. So einen Datenschutzmenschen, der dann genau das für euch die ganze Zeit übernimmt. Teilweise müsst ihr das eben aber vor allem als Data Engineer auch selbst tun. Und ja, das ist eine anspruchsvolle Aufgabe, aber sie ist sehr, sehr wichtig. Gut, das war es von meiner Seite. Ich hoffe, ich konnte das Thema ein bisschen motivieren und euch auch für die Data Privacy Geschichte ein bisschen motivieren, da drauf zu achten und vielleicht auch für Userverhalten. Und falls ihr sagt, ey, Mensch, das ist genau mein Ding, ich will in diesem Bereich auch wirklich arbeiten, ich will wirklich was professionell damit tun, dann schaut bei unserem heutigen Sponsor vorbei und zwar GetInIT. Ich habe ja schon häufiger was mit GetInIT gemacht und es freut mich, sie wieder hier begrüßen zu dürfen als Sponsor, denn es ist einfach ein wahnsinniger Mehrwert für euch vor allem. Und zwar, ihr könnt euch dort registrieren und für euch kostet das überhaupt nichts und anschließend euer Profil ausfüllen. Das bedeutet, ihr könnt hier eintragen, was ihr für Skills habt. Hier sehen wir schon, wie viel wir eigentlich schon gemeinsam gemacht haben. Hier können wir zum Beispiel jetzt noch Pandas eintragen, das ist, wie gesagt, eine wichtige Bibliothek im Bereich zu Python und können hier dann eben unser Profil vollständig ausfüllen, also welche Sprachkenntnisse haben wir, was für Perspektiven, Studium, Lebenslauf, Ausbildung, Praxiserfahrung und so weiter und so fort. Könnt ihr hier alles eintragen und das Tolle ist, ihr müsst nichts weiter tun. Ihr müsst einfach nur euer Profil aktiv stellen, also nicht pausieren, so wie ich das gemacht habe und ihr könnt angeschrieben werden von einem Arbeitgeber, von einem von sehr vielen Arbeitgebern, die genauso jemanden suchen, wie ihr einer oder eine seid. Und das ist das Coole dabei, euch kostet das überhaupt nichts, das dürfen die Arbeitgeber dann bezahlen und ihr könnt so relativ problemlos einen Job finden, beziehungsweise ein Vorstellungsgespräch finden. Von den Leuten, die sich hier wirklich registriert haben, über meinen Rev-Link unten in der Beschreibung, die haben tatsächlich auch schon zu 80% eine Anfrage bekommen, eine Jobanfrage bekommen, sofern sie zumindest natürlich hier ihr Profil komplett ausgefüllt hatten. Und das freut mich wirklich sehr, deswegen promote ich auch Get in IT so gerne. Und ja, in dem Sinne war es das von meiner Seite. Ich wünsche euch viel Spaß und wir sehen uns wieder beim nächsten Mal. Bis dann, ciao. 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 Bis zum nächsten Mal.